Ja und damit herzlich willkommen zu Rainbow Six Siege. Die Noob-Troop ist am Start, würde ich mal sagen. Mit dabei ist die Jolle. Und der Bruga. Also ich bin Profi, weil B steht für der Profi. Wir sind im Team Orange. Und wir sind Verteidiger. Wir haben keine Ahnung vom Spiel, sage ich jetzt gleich. Ich auch nicht. Ich kann nur Recruit sagen, weil ich habe noch keine Level in diesem Spiel und ja. Ausrüstung bestätigen. Ausrüstung bestätigen. Welche Ausrüstung? Keine Ahnung. Ole, was gibt es hier? Sachen? Da hat Nitro-Handy. Also ich habe es schon. Ich nehme das Nitro-Handy. Habe ich den Schild jetzt? Egal. Ich bin auf jeden Fall GSG-9 so. Ne, muss ich nicht wissen. Dann nehme ich auch GSG-9. Das klingt gut. Wir sind übrigens wirklich Noobs, weil wir sind alle Rekruten. Die anderen haben schon hier ein Symbol. Das wird super. Naja, Ausrüstung bestätigen. Ulst Castle, Rekrut, Rekrut. Oh oh, wir haben da schon zwei gute Spieler anscheinend. Ah ja, die werden schon klarkommen. Die müssen ja mit, also wir müssen mit denen klarkommen, die mit uns. Ja, vielleicht retten die uns ja. Könnte sein. Läuft bei euch schon irgendwas? Nö. Ich sehe Runde 1 und ich sehe uns alle rekrutieren und die anderen stehen, wir sind so ein bisschen mehr so. Ah, jetzt. Ich habe schon gedacht, Ladescreen, Bug. Ich hoffe es ja nicht. Ne, geht los. Vorbereitungsphase. Verteidigen. Verteidigen. Okay. Geisel sichern. Wie geht das? Ich habe keine Ahnung. Wie mache ich diese Wände? Mit G. Also du hängst immer die Tasten über den Dingen, die du machen kannst. Ja, ja, ja. Okay. Kann man die Tür noch zumachen? Äh, ja. Könnte denn reinkommen? Da kommt Roboter. Roboter! Wo sind die denn? Hier. Ach, der Desmond, der packt sich hier schon hin. Okay, wie kann ich hier mit G oder was? Ich probiere es mal. Äh, nein. Ist ja wie ein Schild aufgestellt. Ja, ist ja auch richtig. Den kannst du wieder einsammeln, übrigens. Okay. F gedrückt halten und wieder aufzunehmen. Wo ist hier? Irgendwo ist eine Drohne am Boden. Wie machen die denn die Türen zu oder können wir das noch gar nicht? Das kannst du nur, wenn du die Tools hast, glaube ich, oder? Ja, aber Minas, wir können das nicht. Oh, du hast ein Stacheldraht gelegt. Ja. Mein guter, das... Ja, damit kannst du Gegner verlangsamen. Das ist ziemlich praktisch. Perfekt einfach. Und dann nochmal hier vor. Das heißt, die suchen uns jetzt, richtig? Die suchen uns, wollen natürlich die Geisel. Ja. Die wissen schon, wo wir sind. Was, wir haben Kamin? Vor allem Geheinkamin mit Geheimzimmern. Ja, guck mal, du kannst da durch. Oh, die fragen schon. Oh, sie kommen. Was ist denn fünf? Das ist auch eine Kamera, oder was? Fünf kannst du, glaube ich, so eine Drohne auf den Boden werfen, was die hier hatten zum Erkunden. Ach nee, ich kann umschalten. Ich habe hier so eine Ansicht, wo ich das Haus überwachen kann. Was ist denn die Eins? Das ist dieses Schild. Na gut, dann stelle ich mir das jetzt hier in die Ecke und... Wie gesagt, den kannst du wieder einsammeln, den Schild, ne? Chaos. Okay, dann... Also, die Jungs und Mädels da draußen, die jetzt gerade zugucken. Wir haben alle nicht besonders viel Ahnung vom Spiel, außer Bru. Ja. Ja, ich vor allem. Ich vorne weg, ja, danke. Bru kann das schon alles. Bru hat das schon 5000 Stunden gespielt und eine KT von... Bin ich jetzt der Leistungsträger, oder was? Ja, so ungefähr, genau. Ja, ja, danke. Welche Stigma da hier aufbürgen, ich sehe das schon. Nein, nein, nein. Also, ich habe es auch nur ganz kurz im Stream gespielt, habe da ziemlich kassiert. Oh, sie kommt. Jetzt geht es los hier. Ich bleib bei der Geisel. Herzschlagsensor aktiviert. Den Herzschlagsensor einsetzen, sehr gut. Was macht denn Desmond da? Ach so, der baut nochmal so ein Schild. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ups. Da kommen die hinten rum? Beim Kamin, beim Kamin. Ich denke, das Fenster... Oh. Abschneiden. Erwischt. Ich achte mal ein bisschen auf den Kamin. Minjas, machst du mit? Ja, ja, ich gucke auch. Ich gucke immer hin und her. Okay. Wir haben auch Granaten, ne? Glaube ich. Glaube ich. Wir haben gerade versucht, eine Granate durchs Fenster zu werfen und die fiel wieder zurück. Der Kamin ist zwar explodiert. Ja. Aber wir müssen das zwei Minuten halten. Okay, wenn wir praktisch die zwei Minuten geschafft haben, dann... Okay. Die kommen von links, oder? Ne, am Fenster ist einer. Am Fenster. Kriegst du den? Schaffst du den? Ich guck mal. Ich rob ein bisschen zu lange auf dem Boden rum. Finde ich gut. Oh Gott, der hat mich erwischt. Oh nein. Das ist fies. Aber ich... Aber ich... Und du hast jetzt die Sicht von uns anderen, ne? Äh... Weiß nicht. Er hat auch nicht mehr viel. Da kommt dieser... Der hat... Ah shit, der hat mich erwischt. Der hat mir direkt den Heli verpasst. Die Sau. Aber ich hab ihn auch ein bisschen. Der Futzer. Oder Fuse. Ja. Oh nein. Ah, ich hab jemanden getötet. Ich hab jemanden... Yes! Sehr gut, Jolle. Sehr gut. Komm, zwei habt ihr noch. Dann habt ihr's. Ach du Scheiße. Jetzt hab ich hier... Da hinten... Scheiße beim Kamin. Ah. Janneberg hat mich getötet. Wie kann ich jetzt machen? Der Scheiße beim Kamin. Ja. Das ist ja... Ach ja. Oh. Ist das der Tobinator? Da liegt... Da steht ein Tobinat. Oh nein. Komm schon. Mach es. Junge, mach es. Tobinat, stimmt. Wisst du, spielt der Tobinator mit? Echt? Ach, weiß ich nicht. Oh nein. Nein, wir haben verloren. Dieser Drake hat mich auch erwischt. Ach ja. Jetzt müssen wir angreifen übrigens. Ja. Jetzt sind wir dran. Ja mein Gott, wir sind Noobs. Wenn wir jetzt eins, zweimal spielen, dann machen wir alles platt hier. Dann ist das ja alles... Natürlich. Sind wir Profis. Von Minas ist es immer gewohnt, dass er viele Shooter spielt auf so einem Kanal. Ist das denn auch so wichtig, dass man gewinnt oder verliert? Nein. Es geht um den Spielspaß, ja. Genau. Absolut. Ich bin jetzt mal Spätzner. Oh, das ist eine Schrotflinte vielleicht, ja? Oh. Ich glaube ich noch mal eine Schrotflinte. Ich glaube ich noch mal eine Schrotflinte. Guck mal, Twitch spielt auch mit. Twitch? Oh Mann, Mann, Mann. Der Tobinat. Twitch-Place wäre super, wenn sie hier jetzt die Dinger... Album-Granate. So. Ich lass das mal. Ich habe mal die Schrotflinte. Ich habe meine Ausrüstung nicht so ganz gerafft. Also ich habe ja noch mehr Sachen gehabt, die ich erstmal... Ich hätte noch ein bisschen mehr diese Situation machen müssen, um sie kennenzulernen irgendwie. Man fühlt sich auch gerade noch ein bisschen gestresst. Okay, ich bin jetzt... Ich fahre jetzt rein. Vielleicht ist das ja der Tobinato und der Twitch, der streamt gerade auf Twitch. Das wäre lustig. Nein, die haben hier kaputt geschossen. Ich wollte doch gerade markieren. Mir kommt auch Desmond irgendwie bekannt vor. Desmond Malz? Aha. Die kriegen da übrigens Punkte für, wenn sie dich abschießen, ne? Oh! Da ist... Da ist einer! Verdammt! Ich habe... Ich habe X nicht gefunden. Ich auch nicht. Was ist dein X? Zu markieren, mit dem kleinen Buggy. Zu markieren, mit dem kleinen Buggy. Oh, irgendjemand fährt hier noch rum. Ich bin noch in Beobachtung von Desmond. Oh, ah, tot. Ich glaube, ich habe gerade erledigt. Einsatz in fünf Sekunden. Wie schaltet man denn die Spieler durch? Keine Ahnung. Ah, ich glaube, das können wir nicht. Ach da, mit Cursor. Cursor links und rechts. Okay. So, alles klar. Okay, und jetzt? Action-Phase. Bin jetzt, ich bin hinter dir. Oh, kommst du mit? Ich bin auf eine andere Seite. Ach so, ja gut. Ich komme mal zu euch. Komm hier durch. Hallo. Ah. Okay, eingreifen. Können wir hier hoch über das Dach? Das geht. Du kannst dich irgendwo hochseilen. Ja, das hast du manchmal direkt. Du wurdest entdeckt. Was? Das steht bei mir auch. Der wurscht. Die haben irgendwo Kameras. Meine Klasse ist ziemlich langsam, merke ich gerade. Sollen wir hier aufsprengen? Ich mache hier auf, oder? Mach auf. Mach auf, Digga. Okay, beiseite. Sonst passiert was. Okay, in Deckung. Und Granate gleich rein. Mach auf. Mach du die Granate. Mach du sie dann rein. Ja, okay, okay, okay. Ich zünde, jetzt. Was? Ähm, ich kann sie nicht werfen. Ich, was? Oh, was? Ich bin schon tot. Nein, mich auch. Was? Okay. Das war jetzt nicht so der Trick. Ja, der Berg ist echt gut. Ich habe mich darauf vorbereitet. Ach, ich bin scheinbar. 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 Na gut, ich konnte da nicht reingucken. Wow. Wow. Ja. Ja, das ist wunderschön. Wir spielen mit Turbinator und Desmond. Kein Wunder, da ist die schon Pro-Send. Bleiben die in Kameras drin? Kann das sein? Ich sehe Bru da hinten. Ich würde gerne zum Bru umschalten. Warte, du kannst die Kamera selbst steuern, merke ich gerade. Ach so, ich kann... Ach, mit A und D schaltest du durch. A und D? Und wie steuere ich die Kamera? Gar nicht. Sie ist hier fest. Okay, einer vom eigenen Trupp. Wer ist das? Ich bin das. Oh, Bru. Reiß das Ding. Was ist das Schrotze? Oh, gegen vier. Na, das wohnt ja was. Du schaffst das. Wir glauben an dich. Rotz sie weg. Oh shit. Oh Gott. Kann dir leider nicht. Ich hab nichts mehr gesehen, da war Gas. Das ist schon okay. Die hassen uns bestimmt. Werd mal, die flamen uns jetzt und wir haben doch den Chat-Sound aus. Wir haben den Chat-Sound aus. Ah, dann ist ja gut. Das ist uns doch egal. Das ist doch wurscht. Einmal mit Profis arbeiten, sagen die jetzt. Werd mal, die liefen jetzt alle. FBI-Sword. Sieht auch gut aus. Nehm ich mit. Ich will auch. Das geht immer so schnell. Hab ich da irgendwie zu schnell ausgewählt? Konntet ihr da noch? Turbinator hat's. Wählt Operator aus. Okay. Wir können sowieso nichts anderes erstmal nehmen. Mein Lieber. Ne, ich wollte was anderes außer GSG-9. Aber das geht wohl nicht, wenn man das einmal ausgewählt hat, glaube ich. Hm, doch, kannst du, glaube ich. Ja, doch, kannst du umändern. Weiß okay. Weiß okay. Ja, übrigens, das geht, glaube ich, best of three und, oder? War das best of five? Hey, Desmond möchte mein Freund sein. Ich glaube, wir sind gar nicht so schlimm. Nein. Das ist ja lieb. Oder vielleicht will er mich jetzt einfach nur zu flame. Ich nehme ihn lieber nicht an. Wie machen die denn diese Verteidigungsdinger? Hab ich das auch? Was ist denn Y? Ja, ich auch. Was ist denn Y? Warte mal hier. Ach, Y kann ich Punkte setzen. Okay. Wie kann man das machen? Wie macht man diese... Was hat ein Bruder jetzt in der Hand? Das möchte ich auch gern machen. Achso, ich kann ja auch die Wand verstärken. Ah, ich hab schon so was. Ja, wie geht das? Wie geht das? Warte, schaltet man erst frei, oder wie? Ja. Mit G? Mit G. Okay, dann hab ich nur das Schild. Okay. Ich kann das hier nicht. Wo ist die Geisel hinten drin? Okay. Dann stelle ich das zweite Schild auch noch hin. Wie mach ich das mit dem... Ah, jetzt hab ich das Schild hochgezogen. Hä? Ich hatte doch ein Schild. Geh, geh, halten. Geh, halten. Und dann einfach nur loslassen. Jetzt loslassen. Hey. Ah, okay. Desmond macht die Tür zu. Was bist du für alle? Das ist okay. Achso. Oh. Wie kommt ihr jetzt rein? Gar nicht. Gar nicht. Der Desmond hat mich ausgesperrt. Er hat sie da aufgemacht. Er hat sie da aufgemacht. Komm rein, komm rein. Sicher, dass wir uns da drin alle verstecken sollten? In so einem kleinen... Weiß ich nicht. Geht schon. Die werfen da Granaten rein. Wir sind tot, ne? Ja, aber ich... Ich will doch an eurer Seite sterben. Oh, jetzt kommen sie. Das ist doch viel schöner. Oha. Oh, Torbinat liegt schon. Wow. Was? Das ging schnell. Wie geht das denn? Wie? Ach, der war draußen. Ach, die kommen schon. Durchs Dach. Wow. Ach du Scheiße. Hä, die sind gut. Und wir sind nicht gut. Wie? Ach, wir sind super. Profis. Aua. Ich hab... Ah. Wie hat der mich denn entdeckt? Und Scheiße. Da ist ein Roboter am Boden. Roboter am Boden. Die haben schon... Ja, mach ihn kaputt. Ach du, die kommt die Treppe rauf. Ach, na. Ach, na. Jetzt schon. Da kommt direkt links. Danke. Oh, fuck. Das war doch schnell weg. Aber ich hab 250 Match-Abschlussbonus bekommen. Ja. Naja, immerhin. Ja. Das macht schon Spaß. Man ist halt trotzdem... Ach, das war der Kumpel dahinter. Wir lernen das ja noch. Ja. Ja, na gut. Wir haben mich da auch zu zweit. Absolute Niederlage. Ja, reibt's uns unter die Nase. Danke. Weißt du, nicht Niederlage. Nein, die absolute Niederlage. Die absolute Niederlage. Das geht schon. Äh, wollen wir... Nein, ich bin nicht gegen das feindliche Team. Wollen wir raus hier? Nein, wollen... Nee, ja. Zurück zum Menü. Zurück zum Menü. Alles klar. Ja, mit Spenden. Ich mein, wenn wir unseren Rufri erstmal ruiniert haben, ne, dann... Dann lebt sich's noch ungenierter. Ja, genau. Ja. Ich mach nochmal Multiplayer und ich lade euch nochmal ein. Wollen wir mal sagen, let's call it a day und wir beenden den Part? Oder wollt ihr noch eins? Einen schnellen Lose, quasi. Ja, das waren ja jetzt nur 12 Minuten. So, das war ja gar nix. Okay, dann. Ja, das ist... Elf ist schon sehr kurz. Also bei 15 hätte ich mich... Bin ja auch ein Freund von... So. Habe eingeladen. Okay. Zack. Wir beitreten. Mal gucken. Bin da. Bin da, wenn noch locker. Ich sag ja, du hast wahrscheinlich um die Uhrzeit die ganzen Cracks. Also es wird schwierig, dass wir da mal was... Dass wir da mal Land sehen. Ja gut, eigentlich sehen wir auch die Cracks. Wir wollten den anderen nur ne Chance lassen. Ja, natürlich. Natürlich. Und wir müssen zu unserer Verteidigung sagen, wir kennen die Karte nicht. Oh, Fehler ist auch. Oh, Fehler. Habe ich auch. Wir kennen die Karten ja nicht. Also ich kenne keine einzige Karte. Ich habe, glaube ich, zweimal dieselbe gespielt. Einmal das Flugzeug und da... Da habe ich nochmal Einladungen gesendet. Ähm, ich habe nur die Situation gespielt bisher. Ich habe noch keinen Multiplayer gespielt, aber ich finde es jetzt natürlich auch besser, weil die KI-Situation ist natürlich echt sehr dämlich, ne? Ja, die taugen nix, du. Oh, ich bin wieder raus irgendwie. Ich lade dich nochmal ein. Minjas, du musst nochmal einladen. Ja, ja, ja. So, jetzt. Ja, bin wieder da. Sehr gut. Wollen wir mal. So, Multiplayer. Locker. Jetzt sucht er wieder. Und mir wurde gesagt, das Spiel benötigt kein gutes Aiming. Wollte ich nur mal festhalten, ja. Also, also... Sagen zumindest die Zeitschriften, die sagen, es kommt oft Taktik drauf an. Ja, es ist schon taktisch und man muss, glaube ich, ein bisschen weniger Rambo-Mode anhaben, als wir jetzt vielleicht hatten, aber... Ja. Wir lernen ja. Ich meine, es sind ersten Schritte, also da muss man auch ein bisschen Nachsicht haben. Ja, klar. Wir sind schon wieder orange. Oh, das ist eine Schneekarte nachts, oder wie? Das ist interessant. Oh, wir werden verteidigen. Ja, super. Verteidigen. Mach ich irgendwie lieber als angreifen, weil da weiß man, wo man ist und... Ja, und wo man bleiben darf. Da musst du nicht groß rumrennen und... GSG 9, hätte ich gerne. Bestätige. Stahldrahtmobiles Schild, passt. Ich nehme mal das Handy. Was macht das? Ah, C4-Sprengstoff mit... Na ja, komm dann. Jetzt Verteidigungsmission, weiß ich nicht. Ich habe jetzt dieses Schild mitgenommen. Das ist, glaube ich, besser. Ja, den kannst du halt überall aufstellen und auch wieder abbauen, also... Ja. Ich habe ihn bisher noch nicht wirklich gut eingesetzt, aber ich habe ihn immer dabei, weil als Rekrut oder Private kannst du halt noch nicht viel machen, ne? Ich habe den bisher auch nicht gut eingesetzt. Ich habe den hingestellt. Da dachte ich mir so, hey, du bist das Ding los, ist alles gut. Ja, später haben die halt alle möglichen Schnickschnack. Die haben Funkfeuer, die haben Herzsensoren, die haben Radar und hast du nicht gesehen. Am Anfang hast du halt echt nichts, ne? Aber das Spiel skaliert das schon ganz gut, dass man praktisch erstmal mit Anfängern spielt. Wir haben sogar einen Dock bei. Das Ding ist halt, die, glaube ich, können hier auch mit den höchsten Rängen einfach aufs Fun spielen, ne? Boah, es gibt hier einen Dock? Das heißt, ich könnte Medik... Ja, es gibt bestimmt so Klassen. Was müssen wir beschützen? Wo ist denn was, was wir beschützen müssen? Ja, ich bin schon da, alles ist gut. Ah, hier, das Ding da, was in der Mitte ist, okay. Wer hat das aufgemacht und macht's wieder zu? Ja, Jungs, ich kann euch... Interessant. Okay, du kannst so ein Schild machen, genauso wie ich, ja. Ich würde gerne auch Wände verstärken und so ein Kram. Irgendwie fühle mich so nützlos. Ja, mich auch. Aber guck mal, hier hinten sind nämlich Wände, wo die nicht durchkommen. Diese Stahlrollos, das sind Dinger, die, ne? Geht schon los? Die Drohne hat erlegt. Ne, ne, ich hab die Drohnen kaputt gemacht. Wir haben mal hier so ein Ding auf, oder? Ich hab mal ein Schild aufgestellt. Schild? Kommen die schon? Ne, ne, immer... Siehst du ja oben die Zeit, die können halt noch nicht... Achso, okay. Die haben nur die Drohnen rumzulaufen hier. Achso, okay. Ich muss was rumzufahren. Ich hab die Drohne... Das ist krass, sie haben so viel Zeug und ich hab hier irgendwie gar nichts. Dann gehen sie durch. Gehen sie durch, junge Frau. Ru, komm rein, der hat hier was zum zum zumachen. Genau, bist drin, alles klar. Jetzt krieg ich dieses Schild übrigens auch nicht mehr aufgestellt. Oh, jetzt kommen sie hier. Ach du... Das ging schnell. Oh, ich bin direkt reingelaufen. Sorry, sorry. Ru! Ja, du bist mir reingelaufen. Entschuldigung, entschuldigung. Ah... Todesanalyse. Ah, Entschuldigung, dann bin ich dir ins Feuer. Oh! Oh, super. Ich hab die Splittergranate abgekriegt. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut behälter. Okay, wer ist der letzte Dock? Uh! Genturio macht das. Vielleicht. Genturio, zieh durch! Nein, das kennst du ja gar nicht. So, ein Scheiß. Sorry für den Teamkirch übrigens, aber du bist echt direkt vor das Fenster gelaufen. Ja, 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 ich hab das gesehen. Oh, schade. Oh, Genturio. Ach, Genturio. Ja. Oh, Genturio. Okay. Die sprayen aber auch alle ein bisschen. Boah! Ja, also im Livestream hatte mir die Community gesagt, man kann ruhig mehr sprayen, das kommen nicht auf saubere Schüsse an. Ja? Also du kannst ja diese Missionen abschließen, dass du mehr Kopfschütze machst und so ein Kram. Okay. Aber, ähm, SAS? Ne, wieso? Ich würde wieder durchschalten. Äh, das war bestätigen. Ach, ich weiß jetzt, was ich falsch mache. Ich bestätige immer gleich. Naja. Genau, du musst erstmal aussuchen. Jetzt ziehen wir es durch. Wieso haben wir jetzt andere Mitspieler? Haben die anderen aufgegeben? Ja, die wollten nicht mit uns. Ach ne, die sind die gleichen, die haben nur andere Klassen genommen. Guck mal hier, der Fuse hat irgendwie den super schwer eingepackten. Wahrscheinlich, weil wir jetzt eben auch angreifen. Wir haben halt nur Recruit, ne? Das, anfangs ist das noch nicht wirklich, meine ich, qualzig unsere Möglichkeiten. Ziel finden. Wo ist denn überhaupt das Ziel? Aha. Im Haus, da im Chalet. Irgendwo. Oh nein. Die kommt nicht rauf. Wuhu! Das macht schon Spaß mit diesem kleinen Ding. Au! Das kann ja nicht so oft springen, das Teil. Aber man kann Treppen hochfahren. Immerhin. Ja, aber über so eine kleine Kante kommt es denn wieder nicht, ne? Ja, ja. Das ist echt doof. Ah, nein! Ich wollte ihn markieren. 10 Sekunden bis Einsatz. Ich hab alles gegeben. Ah, ich hab Störsignal. Ich seh nix. Ja, die haben ja Störsignal da aufgestellt. Ah, echt mies. Echt mies. Echt mies. Ja, jetzt wissen wir auch wo sie sind. Jetzt haben sie keine Chance. Ja? Also auf jeden Fall im ersten Stock nur wo genau, weiß man nicht. Ich geh mal hinter Kalisto hinterher. Geben wir jetzt hier alle die Treppe hoch. Na gut. Ich glaub mir die Tür ein. Beim großen Haupttor, ne? Links von dir, Wu, da hab ich den ersten gesehen. Ja? Mhm. Hat er noch auf? Ich geh mal zu Kalisto, die weiß bestimmt was abgeht. Oder der. Aber man kann ja nicht springen hier in dem Spiel. Ach, das ist doch... Nee. Mit drin? Mit Control kann ich übrigens ganz hinlegen, ne? Mhm. Ja. Und mit Alt kann man langsam laufen. Da wird man nicht gehört. Oh, stimmt. Hab ich gestern gelernt im Livestream. Meinst die sind unten? Ne, die waren oben, da wo Stacheldraht war. Da wo Kalisto gerade ist. Ah, okay. Bin hier bei dem Genturio. Ich geh mal zu Kalisto. Ohne aktiviert. Ohne einsatzbereit. Oh oh. Bei Kalisto ist Action. Ne Genturio hat das hier. Sichern. Elf Meter, ja. Fünf gegen vier. Den ersten haben wir. Die sind unten, die ganzen Ziele, ne? Die markiert. Ja. Ist eng gut. Oh, hier ist das nicht. Runterspring. Jaja. Okay, sichern. Dann mach ich hier mal ne Sprengladung dran, würd ich sagen. Hättest du geh vor, ich bin hinter dir. Oh, da schießt jemand raus. Streusprengsatz aktiv. Oha. Oha. Oh, der Genturio. Der räumt auf. Streusprengsatz eingesetzt. Schon den zweiten. Sprengbereich räumen. Hier unten. Hier unten haben wir grad die Tür durchschlagen. Oh nein. Oh fuck. Fuck, 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 fuck. Ja, ist gut, Jungs. Oh, hier ist so ne Laserfalle oder sowas. Hab ich entschärft? Ich hab ein Magaziner eingesetzt. Oh Gott. Okay, äh, Nate. Oh Gott. Oh fuck, da hat er mich erwischt. Ah shit, der hat's gelegt. Ah. Oh nein. Oh Gott, ich bin halbtot. Der hat ihn nicht geblendet, weil das Ding falsch saß. Nein. Ah, ich hab einen, ich hab einen hab ich gekriegt. Nein. Okay, ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nicht mal einen Gegner gesehen. Wir sind unten im Keller. Nee, da war ich grade. Wir haben doch gewonnen schon. Ich war im Keller, der Einzige. Wir haben gewonnen. Ich hab gar nichts gecheckt grade. Man hat uns mitgezogen. Ich hab keinen Gegner gesehen, aber passt schon. Naja. Nicht einen. Das ist schon, das ist in Ordnung. Auswahl bestätigen, passt schon. So. Jetzt ist es jetzt wieder verteidigen, ne? Die Leute, die hassen uns bestimmt nach der Runde. Die sagen bestimmt. Nein, die mögen uns. Die wollen Freunde mit uns sein. Die Kalista wollte schon Freunde mit uns sein. Ja, eben. Mit mir glaub ich nicht. Doch. Oder mein YouPlay blinkt. Vielleicht war er das, ja. Bestimmt. Ah, ich hab ne neue Freund gefunden. So, letzte Runde, oder? Äh, ne. Best of Three. Ja, doch. Achso. Wir sind bei 21. Es gibt ne bisschen längere Folge. Wir müssen mal gucken, wie wir das zeitig hinkriegen. Aber das ist die erste Folge, von daher. Okay, wir müssen verteidigen. Was müssen wir denn verteidigen? Das Ziel hier. Diesen Giftbehälter. Achso, da ist eine Drohne, Drohne, Drohne. Hab's ja. Das ist noch eine gewesen. Okay. Das heißt, die dürfen nicht an diesen... Was müssen die machen an dem Giftbehälter? Lange F drücken. Dann haben sie's. Okay, wir können so rein kommen. Hier sind auch Fenster. Das heißt, sie können über die Küche kommen. Also hier in der Ecke müsste sicher sein, hier. Es bleiben 5 Sekunden. 5 Sekunden auch. So, Schild ist aufgestellt. Oh. Hey, jetzt macht der schon wieder alles dicht, der Typ, hey. Meine Güte, Kerl. Kommt der nicht mehr rein? Der kommt nicht mehr rein, ne? Nein, der hat einfach alles dicht gemacht, dieser Vogel. Ich zerhau das jetzt. Minyas, jetzt sind wir beide hier zu zweit. Ja, hast du ein Schild? Setz dein Schild. Hab ich schon. Soll ich das noch machen? Warte mal, ich hol das noch mal ein. Ja. Meine Güte, der Typ, ne? Der ist ein bisschen überall. F, F. Ja, ja, ja. Warte. Komm zu mir. Ja, ja, ja. Ist gut. Und stell's neben eins, rechts daneben. Ach. Geh weg, Digga. Rechts daneben, das ist links. Okay, ich geh weg. Ja, ich bin weg. Setze. Das geht nicht. Was? Der hat schon zwei erwischt? Setze. Das geht nicht. Jetzt. Bitte. Jetzt. Die kommen von oben, Leute. Hört ihr? Ja. Ich hör's nicht, aber... Die haben Genturio erwischt. Kommen die von links jetzt? Oh ja, da blockert's. Ja, ja, Achtung. Von oben. Äh, was? Von oben. Die Granaten von oben. Na, die haben die Tür aufgesprengt und ich hab gewartet, dass da sich irgendwer hat blicken lassen. Ich wurde von irgendeiner eher, hm. Ich weiß ja noch gar nicht, was möglich ist in dem Spiel, ne? Naja, das lernen wir noch. Also was kann dich treffen, ne? Das weiß man noch nicht. Das ist geil, die Geräusche sind super, dieses... Füße klappeln. Ja, das ist echt krass. Ist das Santa Claus? Ja, genau. Oh Gott. Uga, rechts von dir oder was? Oder? Ich hör's nicht richtig. Ich hab nur ein Stereo-Headset. Achso. Oben hab ich auch noch. Man kann übrigens in den Kameras die Feinde scannen. Ah, kannst du die markieren für uns? Ja, hab ich. Eine hab ich markiert. Oh, von hinten. Scheiße, Achtung. Hinter dir. Rechts, rechts von dir, Minjas. Was? Wo kam der her? Ah, nein. Ah. Schade. Da hab ich ein bisschen... Ich hab... Was für ne Sau. Talisto ist jetzt noch der Einzige. Oh, was für ne Sau. Wo kam der her, bitte? Ich kenn die Maps halt nicht. Ja. Naja. Ich glaub ich werd dieses Match Noobs Spielen nennen. Das trifft's ganz gut. Was? Matchball? Achso. Achso, weil 2-2 ist. Ja, ja. Ausgleich. So ein Scheiß. Ich lass das, wenn ich die Karten nicht kenne, du. Ich lass mal alles. Ich lass auch alles, erstmal so wie es ist. Auk ist gut. Auk ist immer gut. Steyr? Die macht aber weniger Schaden als die Kommando, ne? Ah. Also ich brauch normalerweise mehr Schuss und weniger Schaden. Also weißt du, dass ich ein Magazin ausleeren kann. Also ich bin ja so ne M60-Typ oder so. Weißt du, bei Battlefield war ich immer Sunny mit M60. Mhm. Also viel Schuss und dann von mir aus weniger Schaden. Ich bin auch erst so, eher so die Unterstützungsklasse. Nee, 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 nee. So, Bro. Ich bin hinter mir. Der Gefahrgurt bellt er immer auf der gleichen Stelle? Nee, nee, das ist es ja. Das ist immer wahr. Das ist unterschiedlich, glaub ich. Also es würde auch das Scannen keinen Sinn machen, weil man sich ja dann... Oh. Hallo Drohne. Hallo Bro. Moin. Moin. Ich hab einen gescannt. Die sind da, wo wir eben waren, glaub ich. Oh, da hab ich weggemacht. Nein. Ah, mich auch. Ich hab wüsst. Gute Arbeit. Ich seh das hier alles so schlecht. So was, Kalisto? Wow. Oh man, das ist... Ich bin ein bisschen angespannt jetzt. Ja. Ich kann nicht springen, aber jetzt geht's. Ich hab den Punkt nicht gefunden. Der schießt hier überall irgendwie hin. Diese Agentur hier, der macht mich ganz irre. Will ich unsichern. Ich glaub's auch. Die sind im Keller, mein guter. Wir sind im Keller. Bis hushushush. Ihr seid schon da? Ich bin hinter Kalisto. Ich bin hinter euch. Verdammt. Ah, nein! Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin... Ja, die kommen aus dem Keller, aber die sind auch im hinteren Bereich. Ihr müsst da noch ein... Äh. Ah. Ah, jetzt seh ich deine Sicht, Minyas. Sicher am Rücken. No, das gibt's doch nicht. Der hat mich einfach weggesprayt, der Creepypasta. Oh, Mann. Das macht keinen Spaß. Wir haben alle gute Waffen. Du könntest Kalisto helfen. Minyas. Oh, okay. Vielleicht auch nicht. Das war's. Hast du noch eine Granate? Ja, hab ich. Oh! Ja, ich war grad am Nachladen. Na, mein alter Fehler. Oh, scheiße. Ja, ja. Oh, noch so ein dicker, ne? Meine Güte. Ihr Lieben, fast eine halbe Stunde. Äh, zwei Folgen. Müssen wir gucken, wie wir das zukünftig gestalten, dass wir euch die Folgen möglichst kompakt zeigen, beziehungsweise die einzelnen Parts. Das war jetzt die erste Folge von Rainbow Six Siege. Äh, wir werden noch weitere Folgen machen. Ich freu mich drauf. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein. Und gebt uns mal eure Meinung in die Kommentare. Wär super. Bis zur nächsten Folge. Geht auf meinen Kanal, ich mach Minecraft. Tschüss. Tschüss. Tschüss.